. Hallöchen, du bist die... Also, ja egal. Sorry, ich wollte eigentlich was fragen. Und zwar ist es mir echt ein bisschen unangenehm, aber kannst du mir vielleicht 2 Euro pumpen? Der durchschnittliche Körperfettanteil bei Männern in my middle, der liegt bei 18%. Ich hab 9% Körperfett. 9. Ich gehe viermal die Woche zum Yoga und mittlerweile schaffe ich es, meine Erektion etwa drei Stunden am Stück aufrecht zu erhalten. Keine Tricks, keine Pillen. Wir haben sieben Minuten, ich habe 56 Fragen. Bitte nur präzise Antworten. Ich will mit dir die Welt retten. Ich bin der Masel.